Ja, ich habe jetzt gesagt gekriegt, dass ich jetzt was sagen soll. Also mein Name ist Ollmann, Sven Ollmann. Ich besuche euch demnächst in Lüneburg. Ich war das letzte Mal vor 25 Jahren da. Wird Zeit, dass ich mal wiederkomme in die Stadt der Roten Hosen. Vielleicht treffe ich auch ein paar bekannte Schauspieler dabei. Ja, ich bringe mich mit. Meine Freundin Luise Koschinski, die ist im Augenblick sehr rollig. Also alle Männer sollten ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt im Herbst. Sie suchten Mann für untenrum, spätere Gespräche ausgeschlossen. Und ich komme natürlich auch. Mein Freund Paul Schrader kommt. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr Lüneburg weiter überstehen könnt. Ich meine, viele sind ja dabei von euch, die wahrscheinlich sagen, ich kehre der Stadt den Rücken. Was auch ganz gut wäre. Es gibt auch andere Städte wie Uelzen oder Oldenburg oder sowas auch sehr interessante Städte. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Lüneburg, weil ich noch nie da war. Ich bin sehr aufgeregt. Ich zittere schon richtig. Merkt man sicherlich auch. Und das ist am 19. glaube ich, 19. November. Und ihr solltet vorbeikommen, damit wir uns mal kennenlernen. Ich werde sehr wahrscheinlich irgendwann auch nach Lüneburg ziehen, wenn ich mal 90 bin. Aber bis dahin muss der eine Tag erstmal reichen. Also ich freue mich. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.